Juhu, es gibt coole News und zwar stellen wir das Sunny, Tom & Cherry und das Kugler Shades of Grey in der Plus-Variante online. Wir freuen uns sehr darüber. Wir werden auch in Zukunft bei allen Stoffen, wo es möglich ist und die wir launchen, werden wir auch die Kugler Plus-Variante direkt mit online stellen. Und aus diesem Grund kommt es auch in unserem Online-Shop zu einer Änderung. Und zwar werden wir jetzt nicht mehr die Kugler Plus-Modelle separat als Produkt im Online-Shop haben, sondern ihr geht einfach in die Farbe eurer Wahl hinein und habt dann ein Drop-Down-Menü, wo ihr auswählt, ob ihr die Kugler Standard-Variante oder die Kugler Plus-Variante kaufen wollt. Wenn ihr Hilfe braucht oder irgendwelche Fragen habt, habt ihr bitte jederzeit gerne. Nur kurz zum Unterschied zwischen Kugler und Kugler Plus. Kugler Plus passt für 36 bis Kleidergröße 42 und Kugler Plus für Kleidergröße 44 bis Kleidergröße 50. Tschüss!